Boah, war das knapp, Alter. Warum holt der denn den fucking Torwart raus? So, ich hab ihn wieder. Agazzi, komm. Schieß ihn rein. Ach Gott, was hat der für einen Schuss, Mann. Hey FIFA-Freunde, was geht haben? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es gibt wieder eine Ultimate Team Challenge und die kommt von Luis Rickstadt. Spiel mal nur mit Keepern bei Ultimate Team. Und das habe ich hier gemacht. Guckt, dass ich meine Keeper nicht aufgestellt habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, sage und schreibe, ich habe eine Chemie von 22. Insgesamt stecke 77. Leute, ich kann nur gewinnen, ohne Witz. Wir starten das erste Spiel und ich bin gespannt, wen wir als Gegner erwarten dürfen. So, hier ist also unser Gegner. Alter Schwede, alter Schwede, das wird so schwer. Ja, Kosta vorne, Willian, Junge Rooney, Özil, Kompany und Courtois im Tor. Alleine bei Stadeem schon ein Tor zu machen, das ist schon krank. Jetzt geht es ab hier. Und wir kommen sogar gefährlich schon vor das Tor. Nach außen, zieh ab! Ach, den fängt er mit der Mütze. Den fängt er mit der Mütze. Aber da war er, der erste Abschluss des heutigen Tages. Nein, komm, geh alleine. Geh komplett alleine! Ja! Torno! Mach das Tor! Ganz alleine! Der Tonfisch, alter! Jawohl! Hier dachte ich schon, warum spielt der nicht ab und dann beißt der sich durch. Boja! 1-0 für die Torhüter, wie geil! Torno wieder. Der hat das 1-0 gemacht. Aber er kann auch nicht alles machen, glaube ich. Jawohl! Jungs, stark, alter! Körper wie Tiere! Wie hinten rum. Alter, Schiedsrichter! Der liegt doch da! Junge, da kriegt er einen mit hier. Oh nein, Kosta! Oh nein, Kosta! Jawohl! Vorbei! Vorbei! Und außen, Torno. Und oben, oben! Diese Ballernahmen! Jawohl! Zieh, Junge! Zieh dran! Er ist durch! Zieh ab! Oh! Alter Falter! Nein! Was macht der denn da? Jetzt ist Rain Rooney natürlich durch hier. Jawohl! Stark gehalten, Torwart! Puh! Ganz schön unter Druck hier setzt er mich. Gerade was Defensive betrifft. Jungs, geht da mal hin. Jawohl! Ganz clever! Und da steht er direkt, der Agatze. Wer macht denn jetzt hier mal aus dem Tempo? Lauf die Linie! Lauf die Linie, Torno! Und schon wieder, Torno! Junge, der macht das Spiel seines Lebens hier. Wer kommt denn hier mit? Wer kommt denn hier mit? Er dreht sich einmal. Flankt das Ding. Ah, da ist aber keiner. Jawohl, Ruben! Und steckt durch. Nein! Muss leerer, gewinnt hier das Kopfball. Und da ist er! Die erste Halbzeit ist vorbei. Der Schlusspfiff. Uh, wir gehen mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit. Es war mega, mega knapp. Der Gegner hat nachher richtig Druck gemacht. So. Kurze Pause. Und weiter mit der zweiten. Stark. Jetzt das Kurzpassspiel machen. Jawohl! Er ist durch. Warum holt ihr den Torwart denn raus? Nein! Oh Gott, das ist ein Turb, Alter! Warum holt der denn den fucking Torwart raus? So, ich hab ihn wieder. Agazi, komm! Schießen rein! Oh Gott, was hat der für einen Schuss, Mann! Er denkt sich, den mach ich eh nicht. So, Testegen. Der Abwehrchef hinten. Jetzt fehlt er natürlich. Torwart, bleib im Tor. Jawohl! Gut, dass ich den nicht rausgeholt hab. Ich wusste, dass er lupfen will. Boah, ich bin so am Schwitzen. Freunde, das ist unmöglich. Er spielt wieder kurz. Ja, egal. Die Zeit läuft hier für uns. Wir müssen noch ein zweites machen. Kommen wir nicht drum rum. Torwart. Warum bleibst du nicht im Tor, du kleiner Pisser? Ich hab dich nicht mehr rausgeholt. Alter, der Torhüter ist schlechter als meine Torhüter, die auf dem Feld spielen. Das ist doch nicht normal. Nein, schade. Nochmal. Schöner Einsatz. Und unten. Mit der Hacke will er hier zaubern. Junge, du bist ein Torhüter. Und dann kommt er durch. Und dann macht er den, du schiesi, spielt er den auf die Seite. Mann, Mann, Mann. Der spielt den schiesi auf die Seite. Junge, ich hab nur Torhüter, du Lappen, Alter. Mann. Wir machen noch eine Butze hier. Komm. Komm, setz dich rein. Häng dich rein da. Jetzt. Schöner Ball. Nein. Wo schießt er den denn hin? Really, Nigga? Wo schießt er den denn hin? Meine Leute können alle nicht mehr. Und ich kann nicht auswechseln. Weil man darf ja keine Torhüter reintun. Das wisst ihr ja hoffentlich. Ah, Testegen. Torwart. Bleib im Kasten, Alter. Du bist schon als erstes schuld gewesen hier. Boah, stark verteidigt. Nein, das hat ja ein Glück. Torwart, ja. Ey, wir haben immer noch die Chance hier, zum Ausgleich zu kommen. Bitte, lieber Fußballgott. Komm schon. Der Tonno kann überhaupt nicht mehr spielen. Ja. Und unten. Marshall, Junge. Die sind gleich alle so platt. Die Jungs. Agazzi. Zieh. Wir kommen, ey, ohne Witz. Wie soll ich das machen, wenn die alle schon gar nicht mehr können? Testegen räumt hier alles ab. Der hat noch Kraft. Komm schon. Komm schon. Schieß. Ohne Witz. Was ist das für ein Schuss gewesen? Mir läuft es denn hier nochmal frei. Da oben nochmal. Nochmal oben. Er pfeift ab. Er pfeift ab. Was ist denn da passiert? Null. Null ist da passiert. Ey, ich hab nicht mehr lange. Gewinn das Kopfballduell. Herr Schiedsrichter, rote Karte. Rote Karte. Ich hab keine Zeit mehr, Schiri. Ey, tut Kompanie raus. So. Jetzt kann der Ball nochmal lang nach vorne gespielt werden. Die sind alle platt, die Jungs. Ach Gott. Der ist zu lang. Der ist zu lang. Er pfeift jetzt ab. Er pfeift jetzt ab. Komm schon. Gewinn das nochmal. Nein, er pölt den Ball hinten raus. Wie dreckig ist das denn, ey? Junge, Junge. Dass er sich nicht schämt hier. Dem Ball hinten raus. Und dann macht er so ein Konter. Aber unser Torwart hält. Das war's. Ich glaub, das war's jetzt. Er pfeift jetzt ab. Schade, Mann. Dafür geb ich dir nochmal richtig einen mit da. Und er pfeift ab. Alter Falter. Meine Damen und Herren. Wenn das mal kein spannendes Duell war, dann weiß ich auch nicht. Wir haben am Ende noch knapp verloren. 2-1. Durch einen richtigen Torwart. Patzer hinten. Wir hatten aber auch Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Haben es nicht gewonnen. 2-1 verloren. Ihr seid dran. Neue Challenge unten reinschreiben. Und Torhüter muss ich auf jeden Fall nochmal probieren. Ist mega schwer. Probiert's nochmal selber aus. Es ist echt nicht einfach. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschaußen.